Hier seht ihr das Bufé mit lauter Leckereien. Der junge Mann hat sehr gut, sehr süßes Wiese. Und auch noch mal mit Fisch. Alles, was das ganze Spiel gehört. Dome und Fagette. Ein Riesen-Super-Bufé. Ganz tolle Salate. Es gibt vegetarisches Essen. Alles, was das Herz begehrt. Hier ist ein Brot. Brot. Und hier ist das türkische Bufé. Und hier ist das türkische Bufé. Und hier kommen wir dann zum Nachspeisen. Hier gibt es Leckereien. Hier gibt es Sachertorte. Die liebst du doch, die Sachertorte, oder? Das ist extra Sachertorte für dich. Ja, die rutscht direkt da hin. Die rutscht dann direkt da rüber. Hier ist der Speisestand. Und hier hinten haben wir sogar die Flintstones. Die hinterecke für die Kleider. Und hier gibt es auch noch. Das ist das ganze Musik. Das ist das ganze Musik. Herr Erkensler. Die Hühner-Bufé. Ja, das ist das. Um, hier. Die Hühner-Bufé. Die Hühner-Bufé. Ich freue mich. Ich freue mich.